Für inzwischen jedes Ohr gibt es individuell angepasste Hörgeräte, aber dieses Gerät ist neu. Es filtert und mischt Geräusche von außen so, dass der Lärm am Arbeitsplatz draußen bleibt, Stimmen und Gespräche allerdings das Innenohr erreichen. Hightech-Hörgeräte in diesem Fall auch für junge Arbeitnehmer. Die Direktorin der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Dr. Krista Zetlacek, mahnt allerdings an, für die im Durchschnitt älter werdenden Arbeitnehmer Lösungen zu entwickeln. Die Gruppe der älteren Beschäftigten wird größer. Wir nehmen an, das ist so eine Vorausschau, dass im Jahr 2060 die 55- bis 65-Jährigen 30 Prozent der Belegschaft darstellen und die Gruppe der Jüngeren natürlich dadurch kleiner wird. Ob spezielles Schuhwerk für Diabetiker mit besonders weichem Fußbett und Innenfutter oder Augenschutz mit integrierter Lesebrille. Auf der A plus A findet sich vieles für den Arbeitsplatz, was auf ältere Körper angepasst ist und in der Folge die Gesundheit der Arbeitnehmer erhält.